Ich find's halt krass Roman. Ich hab dich in unserem Chat schon öfters gemeldet und bisher ist noch nie was passiert anscheinend. Digga, was? Ich versichere ich meine Meldung, ich hab Roman auch dem Letzter gemeldet. Wegen was? Wegen dem Postcock. Ja, ich auch! Ich hab auch wegen dem Postcock gemeldet. Ich melde mich wegen dem Postcock. Nacktheit und sexuelle Inhalte, Digga. Ja, was kann ich denn für ein Kollege machen? Ja, weil du's weiter schickst. Ja, weil er mich dazu gefangen hat. Hat er nicht. Dann bist du nur ein Schaf, Digga. Du weißt doch gar nicht, was du mit zu Hause passt. Wenn wir legendärisch haben, dann merken wir den Park. Lehrlig entschuldigen. Hier in den impact. Das ist schwer, und ich weg ich brauche. Mr. Jim, weißt du ist die Technik nicht zuusten? Hmm? Alter, ich würde Stephan Joint gefangen. Das war's für heute.